ich will nix kaufen alle langsam ab es juckt mich mehr ich will einfach spielen eine fresse viertel royal einzeln war einfach nur in ruhe einfach das gas breitet sich aus zur sicherheitszone ich dachte er jagt wieder mich gegen runter hätte ich jetzt so gesagt so aus dem stecken wer weiß vielleicht wenn ich wieder erst er denkt er ist noch runter wahrscheinlich aber ich versuche es ich ja angriffsfreigabe für alle ziele ach stelle nämlich gerne dazu und dann habe ich eigentlich das wiederbelebung das maske mich hin raus und habe ich irgendwo ist der scheiß jetzt oder irgendwie sowas kommt hier gefällt es mir vom letzten mal so semi gut fallen das war wild auf jeden fall bin ich glaube ich sogar in der runde erster geworden oder bei der anderen runde wo ich noch mal das spiel habe das war erstmal wieder dran gewöhnen ich habe aufgekommen da hinten Okay. Ich höre hier sonst keine Steps. Die müssten von der Zone eh hierher kommen. Das ist scheiße, als ob ich Gamma 5 dann hätte oder sowas. Aber das ist nicht der Fall. Jetzt sehe ich auch gerade keinen. Auch da ist. Straff, ich habe ihn einmal erwischt. Das ist nicht der Fall. 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 Das Gas kommt. Wo ist er jetzt hin? Ach, wie scheiße. Das Gas kommt ja wirklich. Ja, jetzt nehmen wir langsam her. Ja, jetzt nehmen wir langsam her. Ein Play in Sicht und da oben ist meine Flüstungslieferung. Ach, da unten. Feindliche Manöver! Feindliche Manöver! Ich würde schon gerne noch zu meiner Ausrüstungslieferung mal. Was? Was? Piste ich, Aldo. Okay, Aldo. Was? 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 Das war's. Das war's. Nur ne scheiß Türkerl, aber ich weiß nicht, von wo er gekommen ist, der Kerl. Der Sausack. Feindliche Drohne über uns. Der Sausack. 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 Akzeptabel. Akzeptabel. Der Sausack. 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 und schaut anscheinend das gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt das gas breitet sich aus also wenn er kommt ja eine von der dachflüte rein ich hoffe um seine von den unten hochgelaufen was ich auch nicht hoffe aber ich komme auf jeden fall hier dann durchs fenster durch wenn er ziehtzone kommt clever clever ist auf jeden Fall irgendwo einer Achtung du wirst von einem feindlichen team verfolgt du bist unter den besten fünf hol dir den sieg das gas breitet sich aus neue sicherheitszone gefunden die bedrohung ist gerade sehr hoch der typ muss hier irgendwo sein die bedrohung ist Feindliche Drohne über uns! Ach das war schon der letzte, holy moly ey, gigi 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 Ok ok Also zu hoch oder zu hoch? Sack, also halt ja richtig, ja.